Herzliches Hallo, liebe Zuschauer, das Wetter hier, das ist mal richtig... Das Spiel hat begonnen. ...Schoß. André Silva. Müller. Kingsley Coman hat einiges zu bieten. Ab in den 16er damit. ...Schoß. ...Alaba. Ein Welttor. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Unglaublich. Der FC Bayern München geht hier in Führung. Hier ist Lewandowski. Er bringt ihn. Also für mein... Schießt ihn aufs Tor. ...Aleba. ...Hinteregger. Riesen, der ist drin! Riesen, der ist drin! Jetzt... Freistoß, FC Bayern. ...Sobstattung. Nr. 22. Nr. 29. Nr. 29. Nr. 29. Nr. 29. Nr. 30. Nr. 29. Nr. 29. Nr. 29. Nr. 29. Herrlich, einfach herrlich dieser Schuss und der fällt da hinten runter wie ein Stein. Die hohe Schule der Weitschusskunst. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel war bis zum Ende spannend. Hervorzuheben war die Abwehr, die den gegnerischen Stürmern das Leben verdammt schwer gemacht hat. Bayern München hat es bis zum Schluss mega spannend gemacht. Eine tolle Leistung.